. . . . . . . . . Können wir ein Foto mit dir machen? Jede Nacht der Gleiche Albtraum. . Es ist niemand. Sie ist da und blöder auf mich. Mangelnde Körperhygiene, Appetitlosigkeit, Selbstzweifel, Gewichtsverlust, Abkapselung. Stufe 4 ist abgeschlossen. Leave me alone! You can run. You can überhaupt gar nicht hide. Fuck you! Ich bin eine Persönlichkeitsstörung. Panikstörung? Posttraumatische. Belastungsstörung? Er wehrt sich sehr gegen den Gedanken, eine Depression zu haben oder Hilfe zu brauchen. Wie lange brauchst du noch? Und warum dauert das überhaupt so lange? Was hast du noch für Symptome, die du verstärken kannst? Was ist dein Plan? Ich wollte die sozialen Kontakte einschränken. Das hast du schon. Aber noch mehr? Fuck off. Ja, so leicht geht das leider nicht.